Uhrich war also ein Mensch, der also ein sehr großes Allgemeinwissen hat. Und seine Genossen, wenn sie also sich mal irgendetwas nicht wussten, und er war nicht da, haben sie gesagt, na wartet man, bis das Lexikon kommt. Robert Uhrich leitete eine kommunistische Widerstandsgruppe und wurde von den Faschisten ermordet. Nun haben wir alle Anstrengungen im Wettbewerb unternommen, um uns dieser Frage erstmal der Namensverleihung gerecht zu erweisen. Ganz einfach deshalb, weil das eine gute Tradition der Arbeiterklasse ist und auch die bewaffneten Organe unserer Arbeiterklasse dabei keine Ausnahme machen. Und es war, dass um die Frage ging, was hat er empfunden, der Kommandeur? Genau ein solch beglückendes Gefühl wie alle anderen aufrechten Kommunisten und alle anderen aufrechten Bürger unserer Republik, die zu dieser Zeit den Waffenort trugen und im Regimenten organisiert waren. Und als wir von der Genossin Uhrich die Zusage erhielten, war das für uns ein ganz kurzer Tag. Während dieser Zeit, 1967 bis 1971, führte Genosse Grumpelt, heute Oberst Adi, das Regiment. Er ist seitdem mit der Frau des Widerstandskämpfers Robert Uhrich, Charlotte Uhrich gut befreundet. Genossin Uhrich nimmt an vielen Ereignissen im Truppenteil persönlichen Anteil. Das haben zu ihrer Zeit Oberst Walter und Oberst Anders auch so erlebt. Ein Mutschützen-Regiment, was Tradition hatte, in einer Großstadt wie in Leipzig, war damals disloziert in Leipzig, ganz innerhalb von wenigen Monaten in der Vorbereitung, hier nach Bad Frankenhausen zu bewegen. Der Minister der Nationale Verteidigung hat uns damals ganze 48 Stunden gegeben, das Regiment in kombinierten Landmarsch hier nach Frankenhausen zu bewegen. Das Wichtigste war eben, dass die Parteiorganisation des Regimentes, die FDJ-Organisationen, auf die ich sehr großen Wert immer gelegt habe, da ja mit der Jugend, mit dem L.A. in der Jugend alles geleistet werden konnte und geschafft werden konnte, haben damals Vorbildliches geleistet. Oberst Walter führte den Truppenteil von 1971 bis 1977. Die Verlegung des Regimentes in den neuen Standort war ein Umzug in eine völlig neue Garnison. Bürgermeister und Partei, also auch der Rat des Kreises, geben uns jede Unterstützung und helfen uns dort, wo sie können, um unsere Lebensbedingungen und vor allen Dingen, um uns so schnell wie möglich heimisch zu fühlen. Dieser Kreis hat noch nie eine internationale Volksarmee gehabt. Wir haben also sehr enge Verbindungen aufgenommen mit dem Kreis, mit der GSD. Wir haben mit den Kampfgruppen sehr enge Verbindungen. In diesem Kreis gibt es eine hervorragende Zusammenarbeit mit dem Partei- und Staatsorganen und wir als Regiment sagen schon, wir sind das Ardenner bzw. das Frankhazer Regiment. Die Gegend zwischen Harz und Kiffhäuser ist nach 15 Jahren längst neue Heimat geworden. Die Beziehungen zum Territorium sind umfangreich. Es gibt patenschaftliche Verbindungen zu 30 Schulen und 25 Betrieben. Zur Gedenkstätte der frühbürgerlichen Revolution in Deutschland besteht ein besonderer Kontakt. Am Monumentargemälde von Professor Tübcke haben auch die Frankenhausener Soldaten einen kleinen Anteil. 90 Mann halfen beim Installieren der Leinwand. Heute ist die Geburtstagsgesellschaft bei einer Führung mit Professor Tübcke zu Gast. Die Schlacht findet also hier statt. Das Kernstück wird drüben sein hier, von dort bis drüben. Schlacht bei, also hier oben auf dem Berg Frankenhausen. Schlachtberg, ja. Und wir sind seit drei Jahren hier oben beschäftigt. Die kleine Fassung unten, die 12 Meter Fassung, die habe ich innerhalb von drei Jahren gemalt. Und bin jetzt etwas mehr als drei Jahre hier oben oben links angefangen, hinterm Gerüst im August 83. Wir sind überwältigt. So ein Eindruck, dass ihr Bild, den ihr Bild auf uns macht. Es ist sehr schön. Von der Farbe her und von der Ausstrahlungskraft, die es besitzt. Wir sind der Meinung, dass wir als Soldaten der Nationaler Volksarmee nicht nur, wie wir sagen, dafür da sind, dafür zu sorgen, dass die Kinder unseres Landes immer jünger sein müssen als der Frieden in unserem Land, sondern dass wir auch dafür da sind, dass die Kunstwerke, die in der Gegenwart geschaffen werden, jünger sein müssen als der Frieden in unserem Land. Jürgen Hartmann ist jetzt seit 72 Stunden ohne Schlaf. Die Inspektion fordert ihn, seinen Stab, seine Einheiten ganz. Keine Schonung dafür, dass der Frieden immer älter werde in unserem Land. Regimente wie dieses haben ihn alt werden lassen, wie noch nie in dem Jahrhundert. Kommandeurs und Soldatengenerationen haben diese Erfolge mit errungen, hauptsächlich in zäher Kleinarbeit. Erfolge müssen organisiert werden. Kommandeure wissen, was das heißt. Wir sind schon da. Wir sind gut. Wir sind ausgerüstet. Entschluss. Langflug, Kampflubschrauber, Ausrichtung, Schuling, mit Josef, bekämpfen. Ablauf, beziehen Sie Entfaltungsaufschnitt Nummer 1. Wir sind ausgerüstet. Die Bestellenbereitschaftsherstellung zur Verlegung, Verlegebeginn circa 11.10 Uhr. Die Bestellenbereitschaftsherstellung zur Verlegung, Verlegebeginn circa 11.10 Uhr. Los, 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 los. Wenzel, schneller, Tempo erhöhen. Die Bestellenbereitschaftsherstellung zur Verlegung, Verlegebeginn circa 11.10 Uhr. Die Bestellenbereitschaftsherstellung zur Verlegung, Verlegebeginn circa 11.10 Uhr. Die Bestellenbereitschaftsherstellung zur Verlegung, Vergebeginn! Hey! Hey! Bezogen? Bezogen, jawohl. Wo haben Sie bezogen? Nein, meine Kommission hat nur gegeben, das ist die rechte Begrenzung der Themas und die linke Begrenzung der Themas unmittelbar vor uns, der ja vor dem Wald steht. Ich bin doch einverstanden, es geht mir um den Schussstreifen. Wenn der Schussstreifen des Dritten Zug ist, da der dritte Zug durch hinten liegt und da wir einen Feuersack bilden, deshalb war ich der Meinung, dass der dritte Zug nicht ist. Und dass der dritte Zug nicht mehr vor schießen kann. Alles dazu. Zum anderen, Herr Schnitzke, freue ich mich darüber, dass Ihre Abgeordneten bisher die Abkommen gut erfüllt haben. Beim Schießen gestern teilweise sehr gut. Das Rehiment hat mit Motschitz und Panzern sehr gut geschossen. Das ist eine prima Sache. Dann habe ich mich bei Ihnen, Herr Schnitzke, das ist gut gemacht. Und das ist eine einwandfrei Sache, das können auch die Zitaten alle wissen. Das war die Schnitzke. Bitte, ich bin mega. Danke, Herr Schnitzke. Danke, Herr Schnitzke. Danke, Herr Schnitzke. Ich achte, dass meine Schlange liegen. Ja, das ist gut. Und dann. Gut, ich mach das wohl jetzt hier den Rest verteilen. Danke, Herr Schnitzke. Alles klar. Alter du mal bitte, herr. To reibi Gott neur. Danke, Herr Schnitzke. Danke, Herr Schnitzke. algunos sind drauf, da gehen Freunde zu machen. Bei uns eine 생각 Core. hexet�� placули, bei uns das wodr. Ja, ricas Kaddi! Ba. Und sicher nicht mehr raubieren. Nein, wir sind keine Schlange. Keine Tapure, bevor das Paradiest, rättçãogäre, von den ganzen Melikanern mitorainer Hof chega, um weiter das Perché und früher geht doch. Aber das ist alarming. Doch wir haben wohl gut unsere Zeit erkannt und in Arbeiterhand bleibt das freie Land. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich möchte sagen, dass gerade das Zusammensein in diesem Regiment, wo so gut wie alle Kommandeure sind und auch viele Generationen hier versammelt sind, für mich sehr ergreifend ist und glückliche Stunden waren, denn man kommt von der Armee nicht mehr los. Das bleibt für ewig, denn es waren Jahre, auch der eigenen Entwicklung, geführt von der Partei. Paul Hupel war der erste Kommandeur dieses Regiments. Er hat es vor 30 Jahren weitergegeben. Heute erhält Oberstleutnant Becker aus den Händen zweier Vorgänger das Regimentsymbol. Kommandeurswechsel. Ein normaler, wenn auch nicht alltäglicher Vorgang. Die Geschichte geht weiter. Herr Oberstleutnant, das wünsche ich mir, dass in meiner Führung sich die Partei und unsere starkgestellten Aufgaben erfüllt. Ich wünsche unserer Truppenfahne weitere Erfolge, unserem Regiment weitere Erfolge. Herr Oberstleutnant, ich erinnere von Ihnen, dass Sie die Tradition des Regimentes im 30. Jahr der Geschichte des Regimentes fortsetzen und mit der Übernahme des Truppenteils neue Erfolge an die Truppenfahnen heften. Das ist auch was für Sie in der deutschen Immobilie. Ich habe auch weg. Das ist auch was für Sie, Herr Oberstleutnant. Das ist auch was für Sie, Herr Oberstleutnant. Das ist auch was für Sie, Herr Oberstleutnant.